Ich darf Sie heute ganz herzlich aus Südtirol begrüßen, der Heimat von Philipp Burga. Wir sind heute bei ihm zu Hause zu Gast und dürfen mit ihm über ein ganz wichtiges Thema sprechen, über das Thema Liebe. Philipp, du bist nicht nur Mitbegründer und Sänger der Deutschrockband Freiwild, sondern auch leidenschaftlicher Zimmermann, Fischer, Landwirt. Wir sind hier zu Gast auf deinem eigenen Hof. Du bist Vater von zwei Töchtern, also ein Mensch mit eigentlich unglaublich vielen Facetten und hast gleichzeitig in deiner Jugendzeit vor allem Erfahrungen gesammelt, über die du vielleicht nicht gerade stolz bist, aber aus denen du vermutlich unglaublich viel gelernt hast und in denen du auch in deiner Autobiografie Freiheit mit Narben ganz ausführlich berichtest. Du warst als Jugendlicher drei Jahre in der rechten Skinhead-Szene hier in Südtirol unterwegs und ich glaube, du hast in dieser Zeit, aber auch vor dieser Zeit und nach dieser Zeit sehr, sehr viel über Liebe gelernt und vielleicht auch über das Gegenteil von Liebe, über Abwege der Liebe und wir freuen uns total, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Ja, danke, dass ihr da seid und dass ich darüber reden kann. Ganz am Anfang, wenn wir jetzt über dieses, also Liebe ist ein Riesenthema, sprechen, was bedeutet Liebe für dich? Liebe ist für mich im Grunde das stärkste Gefühl, was ein Mensch empfinden kann und wird von meiner Seite her auch immer stärker als Hass sein, alleine schon deswegen, wie ich es auch im Buch geschrieben habe, weil selbst der größte Verbrecher sich gegenüber auch lieber mit Liebe in die Arme genommen wird, als gehasst zu werden. Liebe ist für mich Vertrauen, Liebe ist Dankbarkeit, Anerkennung und vor allen Dingen ein Boden, der nie von alleine blüht, sondern dem man wie in der Landwirtschaft im Grunde immer arbeiten muss. Das würde ich fast wie ein ganz wunderschönes, großes Gemüsebeet sehen, wo man einfach immer ein bisschen dahinter sein muss und das nicht als selbstverständlich sehen sollte, egal ob es nun Eltern betrifft, wo man denkt, man hat die Liebe automatisch gepachtet, weil Eltern müssen einen ja lieben, denkt man sich. Aber selbst da ist eine Vernachlässigung, könnte dazu führen, dass irgendwas wegbricht und sich dieses Gefühl nicht mehr so stark anfühlt. Es ist Überlebenstrieb, es ist Leidenschaft, Passion, gilt entgegenüber Menschen, genauso wie auch gegenüber Dingen, die einem Freude machen und die für einen vielleicht, manchmal, wo man wirklich so dieses Sprichwort sagt, die Welt bedeuten. Das ist für mich so Liebe. Wahrscheinlich zählt auch Sex dazu, wahrscheinlich gehört vieles, vieles mehr dazu, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, kann man das so stehen lassen, von meiner Seite. Glaubst du, dass es, wenn man jetzt all diese Facetten betrachtet, so etwas wie vollkommene Liebe unter Menschen gibt? Nein, ich glaube nicht, dass es vollkommene Liebe unter Menschen gibt, weil ich glaube, dass in der Evolution beispielsweise Misstrauen und auch Angst auch dafür gesorgt hat, dass wir Menschen überhaupt noch als Spezies da sind. Das betrifft sehr viele Themen im Arbeitsmarkt, das betrifft vielleicht auch die Migrationspolitik, das betrifft auch viele andere Teile in der Gesellschaft, wo oft davon geredet wird, dass man mehr Entgegenkommen aufbringen soll, dass man mehr Offenheit aufbringen soll, mehr Vertrauen und so weiter. Das sind alles wunderschöne Dinge. Aber tief in unserem Herzen drin, glaube ich, und das betrifft die ganze, ganze menschliche Welt, ist es ein Grundbedürfnis, beziehungsweise eine Art, das reißt unter Flaggesicherheit auch. Das ist gar nicht mal so böse gemeint bei vielen Menschen. Aber es ist, dass man Zweifel beispielsweise hat, dass man Unsicherheit verspürt und so weiter. Aber auch da, genau wie in diesem Bild des Gemüsegartens, es braucht immer dieses daran zu arbeiten. Und dann wächst was. Dann wächst was zusammen und dann fühlt sich gut an. Glaubst du, dass man alle Menschen lieben kann? Ob ich jeden Menschen lieben kann, wage ich zu bezweifeln. Weil ich natürlich davon ausgehe, dass Liebe eine Art Summe aus ganz vielen tollen Pflanzen in einem schönen Garten sind, die viel Pflege brauchen, die viel Zeit brauchen, die viel Beackern brauchen, die Geduld brauchen, vieler Worte bedürfen. Und deswegen würde mir die Zeit gar nicht reichen. Das ist auch logisch und physikalisch, zeitlich gar nicht möglich, dass man sich jetzt so intensiv mit jedem Menschen beschäftigen kann. Aber im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, wenn man mit einem Menschen zu tun hat, sich die Geschichte geduldig anhört und dann versteht, wieso ein Mensch tickt, wie er tickt und so weiter und so fort, auch offen ist, seine eigenen Scheuklappen zu öffnen und so weiter. Dass man sich zumindest mit jedem sehr, sehr gut vertragen kann. Liebe ist noch ein bisschen mehr, würde ich mal behaupten. Aber das ist so meine Erklärung. Ich würde sagen, man kann sich mit jedem sehr, sehr gut verstehen. Ja, da klingt schon was an, wo wir später noch ein bisschen drauf kommen, eben dieses Miteinander reden. Ich glaube, wo du auch einfach ziemlich krasse Erfahrungen gesammelt hast, die dir oder nach wie vor einfach immer noch machst. Aber da kommen wir später noch mal drauf. Ich würde gerne noch ein bisschen auf deine Geschichte gehen. Also du hast, glaube ich, das Glück gehabt, in einer ziemlich behüteten Umgebung aufzuwachsen. Glück, was nicht jeder hat. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Was hast du in deiner Familie über das Leben, über die Liebe gelernt und mit auf den Weg bekommen? Wie du es richtig gesagt hast, es ist nicht jedem Menschen gegeben, dass er sagen kann, ich habe das große Glück gehabt, in einer tollen Familie aufgewachsen zu sein, wo jeder eigentlich wirklich immer für jeden da war, wo es nach dem Streit schnell ein Händereichen gab, wo man viel Zeit miteinander verbracht hat, wo ich tatsächlich sagen kann, dass ich meine Eltern nicht ein einziges Mal vor uns Kindern habe streiten sehen. Und wo ich in meinem geistigen Bilderbuch einfach auf total tolle Momente und Abenteuer zurückschauen kann. Das war für mich und ist für mich das, was ich auch meinen Kindern vorliebe. Trotz meiner, doch, ich bin ja auch manchmal, riege ich mich furchtbar schnell auf und so weiter. Ich bin ja auch ein total emotionaler Mensch. Aber im Großen und Ganzen ist das dieser Hafen, den ich dann ansteuern durfte, wenn das Meer ganz wild gepeitscht hat und es laut war draußen, wo man gesagt hat, komm her, hier, beruhig dich, lass uns drüber reden, es wird alles gut, morgens ein neuer Tag, neu anfangen. So, das ist so für mich das gewesen, ja. Und du hast deine Familie ja nicht immer ganz leicht gemacht, glaube ich. Naja, es ist auch so, dass es meine Familie mir in dieser Zeit mit ihren Fragen und mit ihren Gesprächen, die wir geführt haben, ja auch nicht sonderlich leicht gemacht hat. Das ist ja immer ein Ping-Pong-Spiel. Meine Mutter ist auf 100, ist ganz, ganz schnell auf 180, ich auch, aber immer respektvoll. Also es wird nie irgendwie sich ein schlimmes Wort an den Kopf geworfen. Und ich glaube, das versteht man erst später. Auch Hitzige, Gefechte und auch mal ein bisschen lautere Gespräche, die sind sehr, sehr gut, wieder mal ein neues Korrektiv zu erfahren und zu filtern. Ich finde jedenfalls nochmal klar, ich hätte eine viel ruhigere Jugend haben können. Heute und jetzt, wo ich mit vielen, vielen Menschen gesprochen habe, bin ich draufgekommen, dass irgendwie alle ihren Scheiß hinter sich haben. Manche wirklich sehr, sehr wenig erlebt haben und dann mit knapp 40 denken, scheiße, das ganze Leben ist an mir vorbeigezogen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das in meiner Jugend hatte, diese Sturm-und-Drang-Zeiten. Und die anderen sind in Drogenhüllen gelandet, die anderen waren Dauerdiebe, die anderen sind durch zu wenig Abwechslung in Depressionen gefallen und wieder andere haben sich nur auf den Job konzentriert, zusammen Burnout gehabt. Also das heißt, je mehr ich mit Menschen rede, umso, würde ich sagen, ähnlicher fühlt sich meine Vita an zu vielen, vielen anderen Leuten. Nur wusste ich es nie. Weil auch nicht jeder gerne über das spricht. Und ich meine, du hast sicher eine besonders intensive Sturm- und Drangzeit erlebt, wie du es nennst. Ja, war lustig, aber war halt eben auch geführt von mir selber, meinen eigenen Holzkopf. Ja, und bestimmte Temperament. Auch. Wie würdest du sagen, ist es dazu gekommen, dass du, also du beschreibst es an einer Stelle im Buch mit den Worten, ich glaube, geile friedliche Zeit der Kindheit gegen eine Zeit gegenseitigen Hasses einzutauschen. Wie ist es dazu gekommen, dass du letztendlich in der rechten Szene gelandet bist? Ganz vorneweg, ich glaube, kein Mensch dieser Welt landet oder wacht in der Früh auf und sagt, jetzt bin ich irgendwie ein rechter Skin. Das ist ja ein Prozess. In unserem Fall muss man die Geschichte Südtirols ein bisschen kennen. Ich überspringe die jetzt komplett, möchte aber darauf hinweisen, dass wir natürlich das große Glück hatten, erst mal wir, und wir haben nur wenige Städte in Südtirol, die gleichzeitig auf dem Fußballplatz sehr, sehr früh schon mit Italienern Fußball gespielt haben und so weiter. Und als wir 14, 15 Jahre alt wurden, dann waren plötzlich Dinge, Thema, die wir früher gar nicht kannten und das wurde dann auch letzten Endes von den Elterngeschwistern und neuen Arbeitskollegen an diese Teenager, wie ich das dann auch war, wiedergegeben. Und zwar hatten wir als deutschsprachige Südtiroler plötzlich diese uralten Geschichten der Feindschaften zwischen Italienern und Südtirolern wieder aufgegriffen, umgekehrt genauso. Und somit hat es eigentlich mit kleinen Stänkereien angefangen, auf beiden Seiten. Dann gab es, ich mache das ganz schnell, dann gab es eine immer schnellere Radikalisierung in Richtung, den mag ich nicht, weil er mich nicht mag und so weiter. Da bin ich wieder beim Ping-Pong-Spiel. Also ein Scheit alleine brennt auch nicht, muss ich sagen. Und dann ist noch diese ganz große Sehnsucht der Rebellion, die ja auch in der Jugend ein bisschen drin steckt. Und dann geht eines Schlag auf Schlag und wenn dann die Herren-Dynamik mit engsten Freunden, bei denen man sich sicher und geborgen fühlt, noch mit an Bord ist, dann kann man fast mitzählen und plötzlich steht man mit Springerstiefeln, mit weißen Schnürsenkeln da. Und das ist in meinem Fall auch bei mir passiert. Und zum guten Schluss ist jeder wieder draußen. Jeder hat sich der Hörner abgestoßen. Ich würde sagen auch mehr aus den eigenen Fehlern gelernt als viele, viele andere. Und das große Gute war, dass ich wirklich nachweislich einer derjenigen war, auf den auf die Auflösung der Szene zurückgehe, das heißt, ich bin fast als erster da rein, dann eigentlich relativ früh, nach drei Jahren, es hätte ja noch viel länger gehen können, wieder raus und auf meinen Weggang sind mir sehr, sehr viele gefolgt. Das ist ja auch eine Art gutes Gefühl hinterher. Bevor wir dazu kommen, was dich letzten Endes wieder eigentlich raus aus der Szene gebracht hat, relativ schnell, wie du sagst, was war das denn, was dich erst mal dort gehalten hat, auch drei Jahre? Also was waren so die Momente, vielleicht auch um andere Jugendliche zu verstehen, die in so was reinrutschen, wo du gesagt hast, hey, das ist einfach super cool und irgendwas ist gut daran, deswegen bleibe ich? Ich würde das Pferd jetzt mal von der anderen Seite aufsatteln. Wenn man mit dieser Optik unterwegs ist, mit kahlrasierten Köpfen, mit hochgekrempelten Hosen und mit Tätowierungen und Bomberjacke, egal was, dann macht diese Optik was mit den Leuten, die auf dich schauen. Sie gehen auf Abstand. Wenn es gleichaltige Jugendliche sind, dann ist es gar nicht mal so schön am Anfang, aber daran gewöhnt man sich. Dadurch, dass es mit diesen Leuten gar keine großartigen neuen Gespräche mehr gibt, weil man immer, immer enger in dieser Kapsel zusammenwächst, hat man gar nicht mehr sonderlich große Einflussnahme von genau dieser Babel, die ich gerade nannte. Was dann schlimmer ist, ist, dass eigentlich diese Leute, die den Auftrag hätten, nämlich Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, Betreiber von Jugendclubs zum Beispiel oder von Jugendkneipen, dass diese Leute meiner Meinung nach das absolut Falsche tun. In unserem Fall, im Nachhinein ist es de facto so gewesen, wir kamen einfach nirgendwo mehr rein. Und somit hat man diese Denkweise entwickelt und gedacht, okay, ihr wollt uns nicht, also wollen wir euch nicht. Ihr hasst uns, wir hassen euch. Und es hat wenige Leute gegeben, die anders agiert haben, die gesagt haben, euch tue ich erst recht die Tür auf, euch schenke ich erst recht meine Zeit und meine Erfahrungen und meine Gespräche. Und ich schaue auf diesem Wege mit Offenheit und eben mit vielen Fragen und Antworten, auch mal mit Hitzingesprächen, euch sozusagen die Hand zu reichen. Auf alle Fälle gehe ich davon aus, dass diese Art und Weise vieler Menschen, die auf Bühnen stehen, die mitunter nicht nur feigeste, sondern auch die kontraproduktivste überhaupt ist, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus weiß, dass bei mir das gar nichts bewirkt hat, sondern mich hat es nur radikaler gemacht, die mehr zu mir gesagt haben, Vergnad sie, verpiss dich, darf sie nicht rein, nicht willkommen und so weiter. Uns blieb einfach nichts mehr anderes übrig, als vor den Clubs draußen zu stehen, irgendwo sauer zu sein, nicht reinzukommen und uns in Alkohol zu ertränken. Und Alkohol macht keine guten Folgen. Schon gar nicht unter Jugendlichen, die eh schon aggressiv sind. Und deswegen sage ich, ich wünschte mir diesbezüglich eine Art anderen Umgang mit Leuten, die man irgendwie auf dem Abstellgleis sieht und so weiter und sagen würde, euch hole ich erst recht dazu und beweise euch, dass es sich bei uns auch gut anfühlt. Und dann würden solche radikalen Klicken relativ schnell auseinanderbrechen. Das bin ich wirklich der Meinung. Also du glaubst, dass dieser Punkt der Offenheit, Ausgrenzung und so weiter eine große Rolle spielt, gell? Auf jeden Fall. Du hast das einmal, glaube ich, erzählt, auch bei euren Konzerten. Ich meine, ihr werdet immer noch in den Medien zum Teil in die rechte Ecke gestellt, Freiwild, du selbst auch, nach wie vor. Ja, nur ich. Also in der Welt nur ich. Zurecht. Färf ein bisschen ab. Ja, ja. Hast aber auch gesagt, dass ihr am Anfang, wenn aber auch wirklich Leute aus der rechten Szene kamen, auch gesagt habt, nee, dürft ihr nicht rein. Hast aber da auch irgendwann umgedacht. Ja, wir haben natürlich auch leicht lachen diesbezüglich, weil wir wirklich von Anfang an durch meinen Ausstieg aus der Szene, in der rechten Szene, so gehandelt wurden, ich gehe gar nicht zu dieser Band hin. Philipp ist ein Verriterschwein. Da gehe ich gar nicht hin. Also das heißt, wir haben ganz, wirklich extremst, extremst wenige Leute gehabt, die offensichtlich mit einem Shirt, mit einer eingängig bekannten Rechtskapelle oder Rechtsrockband auf dem Shirt vor der Halle standen. Und damals waren wir eigentlich auf dem gleichen Pfad unterwegs, wie es alle gemacht haben und gesagt haben, bei uns kommen sie nicht rein. Hat sich dann super schnell vielleicht rumgesprochen, aber im Großen und Ganzen war dieses Thema, dass bei uns viele Leute von diesem Schlag gekommen sind, war einfach, das haben wir so nicht erlebt als Band. Und das ist auch bis heute geblieben. Das heißt, wenn vereinzelt bei einem Konzert von 15.000 Leuten zwei Leute am Eingang mit dem Shirt erwischt wären, dann habe ich jetzt die letzte Zeit unserer Securities gebeten, nehmt den Leuten, bitte die Shirts ab, gebt ihnen ein neutrales Shirt und bitte die Leute reinzugehen und dann wirst du sehen, dass diese Leute da drinnen sich genauso benehmen und erst mal staunen, wie wohl sie sich fühlen, ohne im Endeffekt sogar aufzufallen oder sogar was befürchten zu müssen, weil ich möchte auch sagen, es gibt auch bei Freiwill sehr, sehr viele Leute, die bei einer falschen Handlung von Leuten mit so T-Shirts sehr schnell aktiv werden würden und diese Leute sehr grob aus der Halle befördern würden. Und egal, ob das jetzt Leute waren aus der Antifa, die ich zum Beispiel auch einfach in die Halle gebeten habe, weil sie gegen uns demonstriert haben, habe ich gedacht, jetzt probiere ich das auch mal, jetzt muss ich mal mit denen reden. Und haben mir dann anderthalb Stunden Zeit genommen, haben denen ein Bier gebracht, einfach reden, gesagt, jetzt schaut euch das mal an und komm mal mit in die Halle. Und dann können wir mal über Facebook oder irgendwas schreiben. Und ein paar sind Fans geworden. Das ist meine, für mich, bessere Art und Weise des Umgangs. Jedenfalls wirst du keinen drehen, indem du ihm sozusagen nochmal sagst, wie scheiße du ihn findest. Was soll das denn machen mit einem Jugendlichen? Außer zu sagen, alles klar, dann bleibe ich natürlich in meiner Bubble, die mich mag. Du warst ja doch drei Jahre in der Szene unterwegs und hast dich da ja durchaus auch relativ wohl gefühlt. Wo kam dann bei dir der Moment, wo du gesagt hast, irgendwie stimmt es doch nicht, irgendwas ist hier falsch, irgendwas muss sich ändern und ich will hier raus. Was hat bei dir so ein Umdenken bewirkt? Für mich waren es mehrere Dinge, die lustigerweise gleichzeitig geschahen. Es war einmal dieses erste unglaublich große Verliebtsein. Es war dann der Zivildienst, wo ich gemerkt habe, dass ich auf einem Holzweg bin, weil mir plötzlich Dinge wichtig geworden sind, die ich vorher einfach nicht auf dem Schirm hatte, wo ich viel Leid, gleichzeitig aber auch ganz, ganz viele schöne Momente erlebt habe, wo ich Anerkennung bekommen hatte, die ich vorher so einfach nicht bekommen habe, wo ich mit Leuten zu tun hatte, die wohl oder übel mit mir reden mussten, weil ich ja auch viel rede, ob das jetzt Ärzte waren, Krankenschwestern oder sonst was. Und das hat irgendwie was gefährt. Und da hat sich irgendwo in meinem Kopf ein Prozess in Bewegung gesetzt, der dann dazu gesorgt hat, dass ich natürlich auch immer öfter mit Aussagen oder mit Diskussionen, auch längeren, dafür gesorgt habe, dass meine Akzeptanz innerhalb dieser Gruppe auch ein bisschen kritischer gesehen wurde. Das heißt, auf der einen Seite hat sich mein Gefühl für die Gruppe ein bisschen geschwächt und auf der anderen Seite, es sind viele Dinge passiert, die das alles ein bisschen aus dem Lot rausgezogen haben. Und es ist auch in diesem Buch ausführlich geschrieben, wie dieser Prozess alles, wie er funktioniert hat. Am Ende des lieben Tages hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, nach so einem finalen Knall, wo dann noch das Thema Enttäuschung und einfach eine komplett implodierende ganze Szene dazu beigetragen hat, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt muss ein anderes Leben her. Das ist so passiert, aber es braucht schon einen Anstoß, das geht nicht so ganz alleine. Und du brauchst einen Halt außenrum. Das heißt, welche Rolle hat dann jetzt zum Beispiel deine Familie in der Zeit gespielt? Eine Riesenrolle. Also gerade beim Ausstieg? Ja, das waren nicht nur meine Eltern und Geschwister, die haben sich natürlich im Ast abgefreut, insbesondere meine kleine Schwester, weil die hat sich ja immer furchtbar geschämt, meinetwegen, weil die natürlich immer gesagt hat, sie muss sich immer rechtfertigen, weil ich aussehe wie ein Trottel und so weiter. Und die hat auch immer einen großen Bogen gemacht in unserer Diskothek, um mich mit so einem, ich kenne den nicht da drüben, bitte komm. Darüber ist schöner. Aber es waren auch viele Arbeitskollegen, die natürlich auch gemerkt haben, dass in mir eine Art Veränderungsprozess in Kraft getreten war. und das Gute und Wichtigste muss ich auch sagen, war, dass diese Leute in dieser Clique, die mir am meisten wichtig waren, dass die erstens mal gesagt haben, sie verstehen, dass ich keinen Bock mehr habe. und das hat dann wirklich nur wenige Wochen gedauert. Und dann ist mir aufgefallen, ey, der Typ, der kleidet sich doch anders. Schau mal, ist da Rasierer kaputt, habe ich mir gedacht, sowas. Und irgendwie habe ich dieses Fangnetz von den wichtigsten Menschen, das war immer aufgespannt. Und sonst hätte es sich furchtbar angefühlt. Noch viel schlimmer. Hat sich so auch schon genug, weil eine Welt zusammenbricht. Ich weiß, am ersten Tag nach dem Ausstieg bin ich aufgewacht. Ich dachte, was geht denn heute? Was mache ich denn eigentlich mit diesem ganzen Tag? Dann hatte ich aber ganz viel zu tun, weil ich meinen ganzen Scheiß wegschmeißen wollte. Und ja, dann dauert ein Tag ja auch nicht lange, so ewig. Und dann kommt der nächste Tag und der nächste. Und dann habe ich gemerkt, alles klar, irgendwie ist es wie beim Rauchen. Von Tag zu Tag wird diese Sucht geringer. Und dann war sie weg. Was denkst du, wie es gelaufen wäre, wenn du keine Menschen um dich gehabt hättest, die einfach nach wie vor so stabil an deiner Seite gestanden hätten? Es gibt ja viele Jugendliche, die haben nicht so ein Umfeld, wo es heißt, willkommen zurück. Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich zugrunde geht, wenn er nicht Säulen hat. Ich glaube, alleine, da muss man schon der Typ dazu sein. Aber das wird die Ausnahme sein auf dieser Welt, die so Dinge. Und ich rede von solchen Dingen, die auch schon einen kauen lassen und beißen lassen. Aber es gibt ja viel schwieriger Sachen, die man durchstehen muss, noch viel, viel härtere. Wenn du das Fangenetz nicht hast, dann fällst du in die Tiefe. Da sind wir auch wieder in der Physik. Du brauchst schon was, was dich auffängt und das Gefühl hat, das geht auch, das stehen wir gemeinsam durch. Du hast zum Punkt Liebe noch eine ganz andere Erfahrung in deinem Buch beschrieben. Das fand ich, hast du total interessant formuliert. Du hast schon einige Beziehungen hinter dir gehabt und sicher ein abwechslungsreiches Beziehungsleben geführt. Ja, Gott sei Dank. In einer bestimmten Zeit. Und du schreibst aber, als du dann deine jetzige Frau, also kennengekannt habt ihr euch schon sehr lange, aber als du dich so richtig in sie verliebt hast, hast du geschrieben, es gibt einen Unterschied zwischen Flugzeugen im Bauch, hast du gesagt, und zwischen einer echten, innigen Liebe. Kannst du das irgendwie erklären? Das kann ich, weiß ich gar nicht, ob ich das erklären kann und ich probiere es aber trotzdem. In meinem Fall war es einfach so, dass ich die schönsten Geschenke, die mir jemals in meinem Leben jemand gemacht hat, war meine Frau. Das sind meine beiden Kinder. Ich weiß darum, dass es mit mir auch nicht so einfach ist, zusammen zu sein. Das betrifft übrigens sehr viele Leute, insbesondere wenn sie am Frontmikro stehen. Das sind eigentlich alles ein bisschen auch komische Menschen, weil du musst ein bisschen komisch sein, dass man sich das antut, auf der Bühne zu schreien. Im Endeffekt, du bist halt der Blickfänger, wo da übel ist, der Sänger, egal wie die anderen aussehen, die meisten schauen halt zum Sänger. Und wenn du dann noch die Songs schreibst und wie in meinem Fall so viele Jahre und wir sind jetzt bei Jahr, warte, ich habe es mal durchgerechnet, Jahr 23, die medialen Prügel einsteckst für im Grunde Dinge, die so lange her sind und wo du dich so oft dafür gerechtfertigt hast, dann wirst du natürlich auch in gewissen Sachen eine gewisse Härte haben. Und du wirst auch eine gewisse Selbstsicherheit haben in Diskussionen und so weiter. Und vielleicht auch mal sehr schnell eine Art Schutzschild aufbauen und so weiter. Dann ist natürlich auch das große Thema Vertrauen, jemanden wie mich allein auf Tour zu schicken und so weiter. Es passieren viele Dinge, wenn man sie will. und dass meine Frau mir diese Geschenke, nämlich meine beiden Töchtern, geschenkt hat. Dass sie immer für mich da ist. Dass sie mir in guten wie in schlechten Tagen zur Seite steht. Dass sie manchmal, und sie redet viel weniger als ich, eine ganz schnelle, kompakte Antwort hat, um die ich mich um Kopf und Kragen gegrübelt habe. Dass sie mir ein Lächeln schenkt, wenn es mir schlecht geht. Dass sie mir ein Danke sagt, wo sie es überhaupt nicht machen müsste. Dass sie mich zur Ruhe bringt, wenn ich innerlich brenne. Und auch viele andere Dinge, die damit einfließen. Das ist für mich sozusagen das Größte, was ein Mensch für mich geben kann. Und das ist der Unterschied zwischen schnellen Faltern mit so vielen Hormonen im Bauch und dem Beständigen. Das ist der Unterschied. Muss man das... Ich hoffe, sie hört das, weil dann habe ich einen Joker. Muss man das lernen, so zu lieben? Kann man das verlernen, so zu lieben? Also ich glaube, wenn man bei manchen Jugendlichen ein bisschen hinschaut, hat man so den Eindruck, die haben diese Erfahrung einfach noch nie machen dürfen und wissen vielleicht gar nicht... Ist auch gut vielleicht, dass man es denn so früh gar nicht macht. Es gibt wenige Leute, die ich kenne, die den Partner fürs Leben mit 14 gefunden haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach ein bisschen Zeit dafür braucht, ein bisschen Erfahrung sammelt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ob man das lernen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es zumindest sehr viel eigenes Zutun braucht, da hinzukommen, das zu spüren. Weil, wenn das nur von einer Seite kommt, dann wird das auch nicht lange Bestand haben. Das heißt, irgendwo ist eine Dynamik drin, in jeder Beziehung. Und diese Dynamik, die muss halt im Grunde so sein, dass es sich für alle gut anfühlt. Ich glaube, das ist das, wofür man kämpfen sollte. Kann. Und dann wird auch der ein oder andere Moment kommen, wo man dann sagt, ja, du, jetzt ist das echt schwierig, jetzt müssen wir echt eine Lösung finden, wie das jetzt weitergeht. Wenn man denkt, dass eine Ehe oder eine Beziehung einfach so dahin plätschern, wie ein idyllischer Bergbach, wo man nur zuschauen muss, dann funktioniert es nicht. Und selbst der trocknet manchmal aus. Jetzt hast du schon mehrfach von deinen Töchtern geredet. Wie hat es dich noch mal verändert, als du selbst Vater geworden bist? Denkst du jetzt anders über das Thema Liebe? Ach Gott, das weiß ich nicht, ob es anders ist. Ich weiß nur eines, dass ich mir, als ich meine Töchter in der Hand halte, geschworen habe, dass ich immer und ewig und in jeder Sekunde und egal für was da sein werde. Und das ist, glaube ich, das größte Liebesbekenntnis, das man geben kann. Und, das möchte ich sagen, das ist mir erst bei meinen Kindern bewusst geworden und auch bei meiner Frau, dass das im Grunde das erste Mal die Überlegung da war, wo ich gesagt habe, für euch würde ich sterben. Egal, ob es eine Krankheit wäre oder sonst was, wo ich sagen würde, ich übernehme diese Last und trage sie für euch, damit ihr sie nicht tragen würdet. Und das, glaube ich, ist nochmal sozusagen wie das letzte I-Pünktchen dann oben drauf. Das ist über die Kinder und über das alles gemeinsam betreffend, nein, drei Frauen, aber nur die drei Frauen betreffend, weil ich habe neulich mal nämlich festgestellt, dass das Verhältnis Frauen und Männer hier auf dem Hof ein ganz eigenartiges ist. Ich habe mal zusammengerechnet und zwar habe ich einen Stier, den Hund und ich und einen Hahn. 4 zu 40. Das heißt, ich habe mit sehr, sehr vielen Frauen zu tun. Hartes Leben. Schönes Leben, aber so ist die Verteilung hier. Wenn du jetzt so zurückschaust auf alles, was du in deiner eigenen Kindheit erlebt hast, die Abwege, auf die du vielleicht auch geraten bist, auf deine eigenen Töchter jetzt schaust, die auch langsam in die Pubertät kommen, was möchtest du... Ja, die sind es schon. Sehr harte Zeit, jetzt sind wir wieder in einer harten Zeit. Was möchtest du deinen Kids oder allen Jugendlichen eigentlich gerade in so einer Zeit mitgeben, wo es einfach heißt, Weichen zu stellen, wo man vielleicht an die falschen Freunde kommt? Was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Okay, boah, das ist eine schwere Frage. Das ist natürlich nicht schnell beantwortet. Für mich ist es von meiner Überzeugung her, auch meiner christlichen Erziehung her, untrennbar wichtig, mutig zu sein, egal in welcher Zeit und auch da den Mund aufzumachen, wo viele dir raten, am liebsten nichts zu sagen, egal in welcher Sache. Das ist nämlich eine der wichtigsten christlichen Eigenschaften, die, ich glaube, die dafür sorgen, dass es ein bisschen immer wieder zurück in Richtung Gerechtigkeit geht und Vernunft. ich möchte, dass meine Kinder den Mund aufmachen, wenn es ihnen schlecht geht und sich nie sorgen müssen, dass es irgendwie einen Grund, das Scham gibt, zu offenbaren, wenn man Hilfe braucht. Das ist mir wichtig. Das ist mir übrigens, seit ich Zivi war, bewusst geworden, insbesondere nach meiner eigenen ersten Lebenskrise, dass wir Männer da echt einen Dachschaden haben, dass wir wegen jedem Vierlefanz ins Krankenhaus rennen, ah, Zerschnitten, Gips drauf, kein Problem, aber das ist uns so schwer tun zu sagen, ey, ganz ehrlich, Freunde, mir geht es richtig schlecht. Das ist was, was ich mir wünschen würde. Ich würde meinen Kindern wünschen, dass sie immer, immer, immer daran zurückdenken, was ihnen im Leben gut getan hat und was ihnen schlecht getan hat, weil es sehr viele Zeiten da Krise geben wird oder von Krisen geben wird, wo es notwendig ist, das wiederum herauszukitzeln, was den eigenen, guten, schönen Seelengarten wieder zum Blühen bringt. Dann braucht man zu 99 Prozent keinen Berater, keinen Coach, kein irgendwas. Dann reicht vielleicht die schöne Kapelle, dann reicht vielleicht ein schönes Gipfelkreuz, dann reicht vielleicht ein tolles Gespräch oder eine schöne Erinnerung zurück, dass es sich sofort schon wieder besser anfühlt und ansonsten immer das zu tun, wo es sich gut anfühlt. Also dem Herzen zu fallen, das wäre auch so ein Wunsch und ansonsten, keine Ahnung, nicht den Beruf des Geldes wegen zu wählen, sondern vor allem den Beruf zu wählen, der am meisten mit den Dingen zu tun hat, die man bisher am liebsten gemacht hat. Das ist die ideale Berufswahl. Und sich von keinem reinreden zu lassen, außer von mir, was gut und schlecht ist. Ja, Papa ist auch eine Sonderstellung. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen und ich glaube, du hast auch zwei Tattoos auf den Händen, bei denen du es dir quasi ziemlich eingemeißelt hast, dass du durch Krisen gegangen bist, dass du den Weg wieder rausgefunden hast. Also du hast mal ziemlich heftig in einer, ich könnte mal sagen, Burnout-Depression gesteckt. Was hat dich in der Zeit aufgefangen, getragen und vor allen Dingen auch wieder nach oben gebracht? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Das sage ich ganz kurz und knapp. In Summe so den letzten Schub aus dem Loch raus war tatsächlich mein Glaube. Ich habe damals einfach nicht mehr oben und unten und weiter gewusst und kam dann drauf, dass es da irgendwas gab in meinem bisherigen Leben, was mir wie auf wundersame Weise einfach immer am Hall, Trost und Mut gespendet hat und habe dann, und ich bin ein sehr pragmatisch denkender Mensch in solchen Sachen, also ich bin kein Freund von künstlichen, wie nennt man das dann, geistigen Halsverrenkungen, um irgendwie wieder auf den Zug der Vernunft zu kommen oder wo es sich geiler anfühlt, sondern ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt mal wieder mein Rad zum Himmel entrosten. Den habe ich über Jahre lang so dermaßen korrigieren lassen, dass es jetzt an der Zeit ist, das zumindest zu versuchen. Und in diesem Prozess, wo am Anfang ich wirklich gar nicht weitergekommen bin, habe ich dann aber gemerkt, okay, vielleicht versteht man auch, warum ich immer so landwirtschaftlich denke, ich habe einfach den kompletten Seelengarten mit Stress, mit Arbeit, mit dummen Dingen des Lebens zugemüllt und sah mich irgendwo inmitten von einem ganz hässlichen Unkraut stehen und habe mir dann vorgestellt, dass dieser Garten mir jetzt gerade keine Freude macht und ich auch gar keine Lust habe, jetzt aufzustehen und mich da irgendwie in der Sonne glücklich zu fühlen. Dürfte kein Wunder sein. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich mindestens mal anfangen, das Unkraut zu lösen. Dann habe ich es wieder getan, bin wieder in die Kirche gegangen, nachgedacht, zuck, zuck, zuck. Dann bin ich wieder gegangen und wieder gegangen und irgendwann, wie aus einer wundervollen Hand, war dieser Draht entrostet und dann habe ich gemerkt, okay, schau mal, da sind ja noch keine tolle, schöne Blumen dazwischen drin und dann hat sich dieser Garten wieder langsam nach schönem Leben angefühlt. Das klingt jetzt so ein bisschen philosophisch, soll es eigentlich gar nicht, aber ich tue mir ganz leicht, oder anders, ich tue mir mit solchen Bildern der Vorstellung immer leichter als mit ganz komplexen Dingen, weil es auch schnell gehen muss. Krisen brauchen Geschwindigkeit auch des Lösens, weil du es sonst dir immer schwerer tust und in solchen Zeiten das Unkraut furchtbar schnell noch über diesen Garten hinaus wächst. Man muss dazu sagen, für die, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, du bist mit einem ziemlich, einem sehr, sehr positiven Gottesbild eigentlich gesegnet, könnte man sagen. Also wie stellst du dir Gott vor, wie empfindest du deine Beziehung zu Gott, was hat Gott für dich mit Liebe zu tun? Was ist dein Gottesbild? Ja, das werden jetzt viele belächeln, aber das ist mir auch wurscht. Ich brauche ein Antlitz Gottes in Form von einem alten Mann mit einem Bart, keine Ahnung so, ich weiß es nicht warum. Das ist so mein ganzes Leben lang geblieben und ich habe nie einen Grund gesehen, das auszutauschen. Und ich habe natürlich auch schon mal mit diesem, genau mit diesem meinem lieben Gott diskutiert und habe ihn mal gefragt, ob ihn das stört, ob ich ihn mir so vorstelle. Und er hat gesagt, wenn es dir besser geht, dann stelle ich mir halt so vor, wichtig ist, dass wir uns hören und dass wir miteinander reden. So, das ist so mein Gottesbild. Und ich kann tatsächlich sogar lachen mit ihm und wenn es mir richtig schlecht geht, dann kriege ich halt so Antworten, teilweise, wo ich einfach das Gefühl habe, naja, das ist eigentlich komisch, weil die Antwort hätte ich mir auch selber geben lassen können oder geben können. Aber habe ich erst in diesem Gebet gekriegt, manchmal habe ich null Komma gar nichts Lust, sozusagen diesen Ratschlag umzusetzen, weil ich mir denke, das ist ja so geil gewesen alles und das ist ja so lustig alles und toll und das will ich eigentlich gar nicht. Dann denke ich mir aber die ganze Zeit, ey, scheiße, das ist ja eigentlich versprochen, dass du es machst und jetzt muss das eigentlich machen. Und dann, wenn ich es gemacht habe, hat es sich wieder super angefühlt. Und weil sich dieser Ort da begegnet und zum Beispiel in der Kapelle drüben, das ist ja ein Grund, wo ich sagen kann, jeder Euro von diesem Baugrundstück hier war es wert, hat sogar der Bürgermeister gesagt, der hat gesagt, du Saubeutel, bist der Einzige, der neben der Kapelle bauen kann. Aber ich war der Schnellste. Und da gehe ich auch teilweise im Sommer rüber, das hat dann aber überhaupt nichts mit Beten zu tun, sondern nehme einfach meine Gitarre, weil es der kälteste Ort von diesem ganzen Gebiet ist, weil es dicke Mauern hat. Und da haben wir auch schon Akustik getan, für das Album aufgenommen und so weiter. Das ist für mich immer der Ort, gebündelt mit den Gedanken. Und nochmal, ich hatte nie einen strafenden Gott. Also wirklich nicht. Der hat mir, zumindest habe ich noch nie irgendwas empfangen, dass ich danach das Gefühl hatte, jetzt geht es mir schlechter. Sondern es war immer aufbauend. Und so wollte ich es auch meinen Kindern mitgeben. Weil ich kenne auch andere Beispiele, die sind daran zerbrochen, weil sie sich ein schlechtes Gewissen einreden ließen. Und für mich kann ein guter Freund, so sehe ich das ungefähr, Freund ist ein bisschen zu wenig, aber würde mir nie ein schlechtes Gewissen einreden. Für mich ist jemand, der es gut mit mir meint, dafür da, zu sorgen, dass es mir besser geht. Und nicht schlechter. Ich glaube, du bist jetzt kein Mensch, der sagt, du hast nie Fehler gemacht. Oder es gibt sowas wie gut. Nee, ich habe furchtbar viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, du hast ein ganz spezielles Verhältnis zum Thema Vergebung. Kannst du noch etwas darüber sagen? Ja, dass mir immer vergeben wurde und ich vergebe auch jedem. Weil ich es bei mir gut finde und mir ja auch irgendwo erwarte, fände ich es furchtbar falsch und scheinheilig, wenn ich dem anderen Menschen gegenüber was abschlage, was ich mir wünsche. Also so ein bisschen gerecht muss es schon hergehen. Tue ich mir manchmal schwer, aber im Großen und Ganzen bin ich ungemein lösungsorientiert und wirklich so gut wie überhaupt nicht nachtragen. Manchmal ärgert mich es sogar, dass ich zu wenig nachtragend bin, weil ich irgendwie denke, das gibt es doch nicht, dass ich jetzt hier kein Roll mehr empfinde. Weil ich dachte, weil ich denke, das könnte vielleicht auch was bewirken bei dem anderen Menschen in Richtung Positives sich verändern. Mein Vater zum Beispiel, der kann sehr schlecht vergeben und der sagt, er zum Beispiel hätte lieber, dass er schneller loslassen kann. Der braucht da länger. Meine Mutter super schnell, ich auch, aber das wird auch einen Grund haben, weil sonst hätte er einen Atomkrieg gehabt zu Hause manchmal, denke ich. Also meine Mutter, die hat sich so aufgeregt, wegen mir manchmal, und ich dann wegen ihr und zehn Minuten später auch mal auf der Terrasse gesehen und drüber gelacht. Also das, ja, das sind Charaktereigenschaften. Du hast geschrieben, dass deine Mama dich manchmal als Junge zum Beispiel geschickt hat, also so mehr von deiner Mama. Ich würde nicht sagen, geschickt gezwungen. Ich glaube, mittlerweile machst du es manchmal freiwillig, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt habe ich ja keinen Grund mehr. Nein, aber bei uns, meine Mutter, die hat irgendwann immer gesagt, jetzt reicht es ja. Du gehst jetzt beichten und dann hat sie immer gesagt, es ging dann wieder eine Weile besser. So. Und ich kann es mir aber erklären, warum. Natürlich wird das was bewirken, wenn man diese Dinge, die einem dann einfallen und worüber man letzten Endes dann auch zehn Vaterunser ableisten musste, das habe ich ja nicht gern getan, das ist ja totlangweilig gewesen für mich, dass man danach irgendwie so einen kleinen Impuls kriegt, der dann so sich anfühlt wie, Moment, wegen der Geschichte war es das letzte Mal im Beichtstuhl. Aber sonst fand ich es eigentlich nie schlimm, beichten zu gehen. Das ist ja ein wahnsinnig hilfreiches Tool der Kirche bei uns hier, dass du wirklich hingehen kannst und alles abgeben kannst und es ist alles wieder gut. In der Medienlandschaft ist das nicht so einfach. Wie gehst du damit um, wenn du heute immer noch gesagt kriegst, du bist ein Nazi, wir wollen nicht mit euch spielen, wir wollen nicht mit euch reden, was macht es mit dir? Verschieden. Es ist so, vieles geht mir am AAA vorbei, weil ich die meisten Dinge nicht brauche. Das große Glück war, dass wir durch unsere Lieder, durch unsere Beharrlichkeit, durch ein tolles Team und tolle Fans und tolle Aktionen, letzten Endes vielleicht auch natürlich, das ist auch die Qualität der Songs und so weiter und der Live-Auftritte, dass wir uns unabhängig gemacht haben. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist und heute ohne Support von irgendwem die größten Hallen Deutschlands vollkriegt, dann sollte man damit zufrieden sein und dann kommt natürlich auch was in Bewegung, wo du dir auch denkst und das habe ich auch in dieser Autobiografie mit reingeschrieben, ich glaube ganz gegen Ende hin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht auch was Gutes hatte in Bezug auf uns und unsere eigene charakterliche Entwicklung, dass wir eben diese Grabenkämpfe außenrum hatten und intern so gut wie noch nie einen Streit und dass wir von vielen, vielen Dummheiten, die eben uns diese Isolation von außen erspart hat, wirklich heute da sind, sehr dankbare, glückliche Jungs sind, die sagen, eigentlich haben wir das größte Geschenk, nämlich von der Musik leben zu können und Hunderttausende von Leuten begeistern zu können, haben wir ja schon in dieser Form gekriegt, und das zweite Geschenk zu sagen, wir sind wirklich immer, wir selbst geblieben, konnten machen, was wir wollten, ohne uns irgendwo unterordnen zu müssen, ohne auf irgendwen Rücksicht zu nehmen, viel mutiger, Texte geschrieben zu haben, als viele andere, in der jeweiligen Zeit, hat sich jedenfalls immer super angefühlt, das muss eigentlich reichen und ich bin davon überzeugt, dass viele Leute nach diesem Buch, deswegen war mir dieses Buch auch so wichtig, sich sauschwer tun werden mit ihren Argumenten, weil vieles ins Bröcklen kommen wird, auch deswegen, weil viele Dinge einfach noch nicht auf dem Tisch waren, das denke ich einfach. Du schreibst an einer Stelle, dass du dir von der ganzen Gesellschaft eigentlich sowas wie eine, du nennst es, Fehlerverzeihkultur wünschst. Was meinst du damit? Dass ich die derzeitige Strömung, insbesondere in der deutschen Gesellschaft, sich überlegen, zu äußern, Menschen mit kritischen Stimmen verbal niederzubrüllen, Worte zu nutzen, die mich an eine ganz, ganz ekelhafte Zeit erinnern, nämlich Worte wie Leugner und solche Dinge, das ist ganz hässliche Vokabular, zu nutzen, Stempel zu verpassen, richtige Nazis im Endeffekt sozusagen fast schon, wie soll man das dann nennen eigentlich, sozusagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, auf alle Fälle wird es nichts bringen, dass man Leute als irgendwas betitelt, was sie wirklich teilweise überhaupt nicht sind und damit redet man das, was andere wirklich tun, fast schon klein und auch dieses Wort. Ich möchte, dass die Menschen erkennen, dass wir in einer Demokratie leben und dieses hohe, hohe Gut, offen seine Meinung zu sagen, wohlgemerkt muss es dann aber so sein, dass man da nicht trotzdem konsequent, reden, sagen darf man ja alles, aber natürlich hat es damit zu tun, wenn ich danach harte Konsequenzen zu spüren, kriege, dann ist es auch nicht so frei, wie man das immer nennt. und ich wünschte mir, dass die Menschen wieder zurückfinden zu einem respektvolleren Umgang und würde mich auch freuen, wenn Medien den Job so machen, wie es eigentlich Medien machen müssen und zwar über das zu schreiben, was wirklich ist und diejenigen zu kontrollieren, die die Macht haben. Das ist für mich eigentlich ein Auftrag der Medien. dann werden manche Fehler, die nun mal jeder Mensch macht, auch wenn Menschen mit Fehlern, die sie gemacht haben, dann werden die untereinander auch zu einem besseren Umgang finden. Weil wenn jeder mal ganz, ganz ehrlich ist, wir haben alle vor unserer Haustür genug zu kehren, ohne dass wir bei anderen herziehen müssen. Und deswegen haben wir uns in über 20 Jahren Bandgeschichte noch nie negativ zu einer anderen Band geäußert, egal wie hart die Einschläge waren. Weil wenn wir gesagt haben, das ist nicht unser Ding, sie sollen das machen, wir machen unseres. Und das hat keiner Band was gebracht bis zum Schluss. Also da hat meine Oma immer recht gehabt. Die hat das nämlich immer gesagt, kehre du vor deiner Tür und der andere gehört vor seiner Tür. Hast du genug zu kehren? Apropos deine Tür, eine Frage zum Abschluss. Ja? Wir sind hier in Südtirol und du hast also eine ganz, ganz große Liebe auch einfach zu deiner Heimat. Das kommt in deinen Texten durch, das kommt in dem, wie du lebst, durch. Du hast eine unglaubliche Wertschätzung für deine Heimat, aber Heimat ist ja gleichzeitig auch ein Begriff, der vor allen Dingen dann, wenn es Richtung rechte Szene geht, oft falsch verstanden wird, missbraucht wird. Auch in der linken Szene eigentlich. Was bedeutet für dich Heimat und was bedeutet für dich richtige, gesunde Heimatliebe? Und eben, was ist auch das, was falsch verstanden wird aus deiner Sicht? Für mich ist Heimat, trägt Heimat einen ganz wunderschönen Klang, untrennbar mit Natur, Dankbarkeit, Tradition, Nachhaltigkeit, mit Verantwortung für die Generation danach, mit Träuchen und mit Zusammenen was erleben. All das ist so unter diesem wunderschönen, für mich wirklich wunderschönen Begriff, darunter beheimatet. Und Heimat ist für mich deswegen nie ausgrenzend, weil es für mich mit Überheblichkeit beziehungsweise mit sich besser als was anderes zu fühlen, hat Heimat für mich nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, für mich ist Heimat etwas, was selbstbewusst macht und somit eigentlich für Offenheit sorgt. Das ist für mich Heimat. Und deswegen wünschte ich mir, dass man auch hier wieder dahin zurückkehrt, wo man dieses Wort auch mit dem Klang klingen lässt, wo es eigentlich herkommt. Das ist eigentlich alles. Das ist für mich Heimat. Eine Frage zu deiner Frau noch. Ich glaube, ihr habt euch kennengelernt, da warst du noch gar nicht so super alt und super erwachsen. Wie hast du das geschafft, als Deutschrocker, der nicht immer mit Hemd und Schienehose unterwegs war, deine Frau von dir zu überzeugen? Meine Frau und ich kennen uns schon ewig und drei Tage, wie man das sagt, oder drei Jahre. Es ist so gewesen, dass sie bereits, sie kennen eigentlich meine kleine Schwester länger als mich, weil sie zusammen Volleyball gespielt haben. und zum allerersten Mal geküsst haben wir uns, da war sie 13, das heißt, ich war 16 und wir waren tatsächlich, wie es auch im Buch steht, eigentlich in denselben Jugendkneipen und Herbergen und so weiter unterwegs und sie hat meine Clique und mich auch gesehen und wir mochten uns auch und was ich von Anfang an feststellen durfte und konnte, war, was sie entgegen vielen anderen Leuten Menschen danach beurteilte, wie sie sich ihr gegenüber zeigen, wie sie mit ihr reden, ob es da Respekt gibt, ob sie lustig sind und so weiter und so fort und in der Zwischenzeit habe ich meine Beziehung gehabt, sie auch und irgendwann und das ging dann eigentlich relativ schnell, haben wir beide gemerkt, dass da ein kleines Flämmchen in uns wächst, was sich nach mehr anfühlt und wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, weil uns das irgendwie so wichtig war, dass wenn wir diesen Schritt fest miteinander zusammen zu sein gehen, dass es auch passen muss und vor allen Dingen dass es auch für immer halten soll, weil wir natürlich auch diese Angst gehabt hätten, dass diese ganzen Jahre, wo wir auch gemeinsam miteinander unterwegs waren, im selben Freundeskreis und so weiter, dass das ewig schade gewesen wäre, wenn das darunter gelitten hätte und ja, irgendwann war man verheiratet bzw. irgendwann hat man Kinder und dann hat man geheiratet und heute sind wir schon ja, keine Ahnung und heute sind wir schon sehr sehr lange zusammen. Welche Rolle spielt der Glaube jetzt in eurer Familie, in der Erziehung, für deine Kinder, für das, was ihr heute lebt? Der Glaube ist für uns wie eigentlich auch für mein Leben, als ich aufgewachsen bin und im Übrigen auch, glaube ich, für die sehr große Teile der Südtiroler Gesellschaft so aufgebaut, dass ein kleines Kind schon mal getauft wird. Das heißt, die Eltern entschließen ja schon den ersten Schritt Richtung Christentum, dann gibt es die Erstkommunion und ich glaube, viele machen das damit sie natürlich die Taufe feiern können und damit das Kind nicht alleine zu Hause bleibt, obwohl die ganze Schulklasse die Erstkommunion feiert und irgendwann die Firmung. Für mich ist es so, dass wir von Anfang an mit den Kindern abends gebetet haben und dass ich jetzt schon gehört habe von meinen Kindern, dass sie das immer noch tun würden, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber ich weiß, dass sie auch beispielsweise die Woche sind sie gerade mit den Ministranten irgendwo im Finchgaub, im Zeltlager und das alles gemeinsam auch was über ihre Großeltern kommt und so weiter untermauert das, was wir uns eigentlich auch bei der Ehe, wenn sie mich nicht alles täuscht, auch geschworen haben, dass man gesagt hat, wenn es mal Kinder gibt, dass man sie auch in christlichen Glauben erzielt und das Wichtigste ist, unsere Kinder können natürlich daraus machen, was sie wollen, aber ich möchte mir in meinem Leben nicht vorhalten, dass ich diese Brücke nicht aufgebaut habe. Das ist das, was ich tun kann, der Rest entscheidet natürlich, dass sie kein Kind oder pubertierende Teenager irgendwas selber. Liebe Grandios Freunde, wenn sie noch mehr rund ums Thema Liebe entdecken wollen, dann schauen sie gerne auf unsere Homepage vorbei oder auf unserem YouTube-Kanal oder schließen sie das Grandios Abo Plus ab, da bekommen sie jede Ausgabe direkt nach Hause und können gleichzeitig auf alle Online- Angebote zugreifen. Schön, dass sie heute dabei waren, machen sie es gut und bleiben sie uns treu.